... ... ... Große Klappe, nix dahinter! Ha! Ach komm schon! Also gut, Chaos! Wohlbekanns! Chaos? Das ist doch die Kreatur von letzter Nacht! Unglaublich! Wie es die Steintafeln prophezeit haben! Sonic, unser bestiger Freund, wird mit jedem Chaos Emerald, den er absorbiert, immer mächtiger. Sobald er alle sieben Emeralds besitzt, wird er zum ultimassiven Monster und Station Square dem Erdboden gleich machen! Und auf dessen Trümmern errichte ich Robotnik Land, wo alle nach meiner Pfeife tanzen! Hahaha! Na schön, Chaos! Finden wir den nächsten Emerald! Was machen wir jetzt, Sonic? Wenn dieses Monster sich weiter verwandelt, sitzen wir mächtig in der Patsche! Verdammt, Eggman! Naja, ohne weitere Emeralds kann Chaos nicht noch stärker werden, oder? Also müssen wir die restlichen sechs Steine theoretisch nur vor Eggman finden! Ich muss mich beeilen und die Bruchstücke von Master Emerald wieder zusammensetzen! Das Problem ist, dass sich die Scherben in sämtliche Richtungen verstreut haben! Schätze, ich muss jeden Millimeter absuchen! Dunno! Woah! Das Chaos Emerald! Fürst Teufel weg! Hahaha! Mhahaha! Süße Träume! Ecken! 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 Ecken!